Liebe Minimed-Studentinnen und Studenten, liebe Gesundheitsinteressierte, das Minimed-Studium und die Woche Steiermark heißt Sie sehr herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Alice Herzog, ich darf Sie heute Abend wieder begleiten. Es geht dahin bei Minimed online. Gestern haben wir rege über Covid-19 diskutiert, vorgestern war es das Thema Osteoporose. Und heute Abend wollen wir uns über Nahrung für unser Immunsystem unterhalten. Das Interesse ist groß, das freut uns und ich freue mich, wenn Sie vielleicht heute überhaupt zum ersten Mal mit dabei sind. Minimed, das steckt schon im Namen, das sind Gesundheitsvorträge, die es im Grunde schon sehr lange in ganz Österreich gibt, regional verteilt, das Ganze seit 20 Jahren. Die zahlreichen Vorträge können eben momentan nicht stattfinden, daher haben wir diese Webinare neu ins Leben gerufen. Das Ganze online und bequem für Sie von zu Hause aus zugänglich. Das Prinzip von Minimed bleibt gleich. Wir wollen Ihnen hier Gesundheitsinformationen zu unterschiedlichsten Themen liefern, unabhängig, verständlich vorgetragen von namhaften Medizinerinnen und Medizinern, die im Übrigen allesamt ehrenamtlich für Sie zur Verfügung stehen. Und das ist auch wichtig, am neuesten Stand der Forschung. Ich darf Ihnen also unsere heutige Referentin gleich vorstellen. Wir begrüßen heute Frau Prof. Dr. Sandra Hollasek. Sie ist erste stellvertretende Lehrstuhlinhaberin am Lehrstuhl für Immunologie und leitet die Forschungseinheit Ernährungsforschung an der Medizinischen Universität Graz und die Doktoratschule LifeMed für lebensstilassoziierte Erkrankungen. Danke, dass Sie zur Verfügung stehen und einen schönen Abend. Guten Abend. Großes Dankeschön vorweg auch noch an unsere heutigen Kooperationspartner. Das sind die Österreichische Gesundheitskasse, die Medizinische Universität Graz und die Stadtgemeinde Graz. Auch hier ein Danke für die Unterstützung. Ein Hinweis noch vorweg. Es gibt auch die Möglichkeit, jetzt eine Minimed Newsletter zu abonnieren. Das heißt, Sie werden dann rechtzeitig vor jedem Webinar an das Thema und auch an die Referentin oder den Referenten erinnert. Wenn Sie das möchten, darf ich Sie bitten, auf unserer Internetseite www.minimed.at Da gibt es rechts oben ein Feld, das lautet Newsletter, draufklicken, anmelden. Sie können das natürlich auch jederzeit wieder abbestellen. Oder Sie haben sonst eine Frage, dann bitte richten Sie diese gerne an unser Minimed Team. Das ist Montag bis Donnerstag für Sie auch telefonisch erreichbar und zwar unter 0810 0810 60. Die Nummer ganz einfach zu merken, 0810 0810 60. So viel zur Organisation vorweg. Also ich freue mich, wenn Sie schon während des Vortrags Fragen an uns richten, die ich dann auch gerne stellen werde. Jetzt gehen wir mal hinein ins heutige Thema. Ist dich gesund, Nahrung für unser Immunsystem? Ich denke, in Zeiten wie diesen wertvoll wie nie. Welchen Anteil hat die Ernährung jetzt wirklich an unserem Immunsystem? Was kann man essen, um unser Immunsystem zu unterstützen? Warum ist das gerade jetzt während dieser Pandemie so wichtig? Und inwiefern lässt sich vielleicht sogar unsere biologische Uhr mit richtiger Ernährung verändern? Das sind spannende neue Forschungsfelder, die Ihnen jetzt Frau Prof. Hollasek einiges berichten wird darüber. Und ich freue mich dann auf eine spannende Diskussion mit Ihnen. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass ich hier heute eingeladen wurde, zu diesem höchst aktuellen Thema zu sprechen. Der Bereich der Immunologie im Zusammenhang mit Ernährung hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Bereicherung an Datenmaterial und neuen Erkenntnissen gebracht. Ich habe hier in meine Anfangsfolie zwei Bilder gestellt. Das eine Bild zeigt die 100-jährige Marie hier ganz stolz mit ihrer Goldmedaille, die sie gewonnen hat bei einem Schwimmwettbewerb in einem Schwimmverein, den sie ihr Leben lang schon besucht hat. Und sie ist eine dieser Persönlichkeiten in diesem hohen Alter, die man weltweit jetzt untersucht, um zu schauen, wie sich die biologische Uhr durch Lebensstil verändern lässt. Und zwei ganz wichtige Themen da drin sind offensichtlich die Bewegung, aber eben auch ganz markant. Die Ernährung und in der Ernährung noch einmal ganz speziell vor allem die pflanzenbasierte Ernährung. Deshalb hier dieses Bild verschiedener Obst- und Gemüsesorten gleich zu Beginn vorangestellt. Jeder Einzelne von uns hat seine individuelle Immunbiografie. Wir alle sind durch ein Leben gegangen mit verschiedenen Stressoren, mit verschiedenen Einflussfaktoren. Und deshalb ist es auch so, dass nicht jeder von uns dieselben Symptome entwickelt, wenn es dann zu einer möglichen Virusinfektion kommt. Interessant ist, dass Bakterien älter als wir Menschen sind. Und Bakterien haben im Laufe unserer Evolution gemeinsam mit Achäen, Pilzen und Würmern, mit uns Menschen eine Symbiose entwickelt. Und dieses Zusammenspiel von diesen kleinen Lebenwesen mit den Menschen haben dann ein ganz komplexes Immunsystem entstehen lassen. Und möglich ist das deshalb, weil eben diese kleinen Organismen ähnliche Immunsystemstrukturen haben wie der Mensch. Dieser Metaorganismus, der wir jetzt sind, mit ganz vielen Helferchen in und um uns herum, hat in der Geschichte von jedem Einzelnen von uns jetzt eine markante Ausprägung. In der Evolution waren es so Faktoren wie eben Klimawandel, der Switch von eher pflanzlicher Ernährung zu Fleischfressern, dann Hungerperioden, Infektionen, aber natürlich auch die Industrialisierung und damit die Veränderung unseres Lebensstils im Bereich Ernährung und Bewegung natürlich ganz im Speziellen. Unsere Mikrobiota verändert sich im Laufe des Lebens. Das ist mittlerweile klar. Ganz spezifisch können wir heute die Mikroorganismen an uns und in uns vermessen. Und da gibt es eine eigene Topografie von jedem von uns, welche Bakterien, Achäen und Viren wo zu finden sind. Interessant ist dabei der Magen-Darm-Trag, der sehr besonders untersucht ist. Da gibt es am meisten Daten. Und da geht es darum, wie divers unsere Bakterienstämme sind und damit wie gut wir ausgestattet sind mit vielfältigsten Bakterien, um eben eine starke Abwehr dann gemeinsam mit unserem Mikrobiota bilden zu können. Und da ist was auffällig, dass wir nämlich im höheren Alter zunächst einmal sehen, dass Personen um 70, 80 oft dann eine verminderte Vielfältigkeit in den Bakterienstämmen vorfinden, dass es auch vermehrt Bakterienstämme gibt, die zu entzündlichen Prädispositionen führen können. Und das Ganze ist aber ganz anders, wenn man sich das bei sehr hochbetagten Personen ansieht. Da sieht man, dass diese Mikrobiota sehr divers ist und auch Bakterienstämme im Vordergrund stehen, die wir eigentlich nur von jungen Gesunden sehen. Und das ist jetzt natürlich ein Aspekt, den die Forscher weiter beobachten, um im Erklärungsmodell zu entwickeln, wie kann tatsächlich gesundes Altern passieren. Das kann die Ernährung vor allem da dazutun. Und dieser Forschungsbereich der Immunoseneszenz, also das Altern des Immunsystems, diese Forschung lauft über 30 Jahre, hat in den frühen 90ern begonnen. Man hat da plötzlich mehrere Daten gesammelt, dass die Entzündung im höheren Alter sich stärker ausprägt. Dann hat man Evolutionstheorien dazu entwickelt. Dann hat man 2007 kamen dann die ersten Daten eben zu diesen hundertjährigen Kollektiven. 2010 waren dann die ersten starken Studien zum Mikrobiom als Erklärung. Und erst in den letzten Jahren ist es tatsächlich so, dass es als Evidenz gilt, dass auch die Ernährung einen wichtigen Faktor dabei spielt, wenn es darum geht, die Veränderung oder vielleicht sogar die Schwächung des Immunsystems mit dem Lebensalter aufzuhalten. Und so geht es darum, die physiologische Immunoseneszenz, also die Veränderung des Immunsystems mit dem Alter nicht in ein Inflammaging zu führen. Also ein Entzündungsgeschehen im Alter, das zu hoch sich entwickelt und damit dann auch chronische Erkrankungen mit sich zieht. Und das zeigt Ihnen diese Abbildung, wenn eben Entzündungsprozesse zu stark an sich entwickeln, dann haben wir hier im Zusammenhang verschiedene Krebserkrankungen, Atherosklerose, Gefäßerkrankungen, Insulinresistenz, Typ 2 Diabetes, aber auch das Gehirn ist beeinträchtigt. Es kommt zu Gedächtnisschwäche und Erkrankungen wie Alzheimer oder Entitemenz. Dann natürlich ist es auch im Zusammenspiel mit unserer Struktur des Körpers, mit der Funktion der Muskulatur und natürlich hinein in alle entzündlichen Prozesse, die sich zusätzlich bei Infektionen noch ergeben können. Häufig hören wir, das sind die Gene, da kann man nichts machen. Dass das nicht so ist, das hat nicht nur das Time Magazine kürzlich auch publiziert. Es spricht hier von, warum unsere DNA, unsere Gene nicht unser Schicksal sind. Unser Schicksal und unsere Gesundheit ist durch viele weitere Faktoren beeinflusst. Diese Faktoren verändern die Aktivität unserer Gene oder können sie verändern. Und diese Einflussfaktoren, die kommen jetzt aus der Umwelt, die kommen aber auch durch die emotionale Gesundheit und ganz stark eben wieder über das Exercise, über die Bewegung, aber auch über Ernährungsfaktoren. Ganz speziell geht es dabei zum einen über die Energiezufuhr, die adäquat sein muss. Also viele der Kalorien erniedrigten oder reduzierten Ernährungsformen scheinen hier entgegen zu wirken. Die mediterrane Diät und die Farbstoffe in pflanzlichen Lebensmitteln, die Polyphenole, vor allem. Und das ergibt dann ein gesamtes Bild eines anti-entzündlichen Systems, anti-oxidative Prämissen, die dann einen Schutz für unsere Gene und damit auch unser Immunsystem ergeben können. Weltweit haben wir eine interessante Situation vorherrschend, nämlich eine Welt der Extreme. Wir haben Hungerregionen, aber im Gleichzug auch Übergewichtsregionen. Diese Abbildung hier zeigt Ihnen in den Farben Rot, Orange und Gelb die Bereiche der Welt, wo es noch Hunger zu verzeichnen gibt. Die Bereiche, die in Blau und Grün gefärbt sind, dort ist kein Hunger oder wenig Hunger zu detektieren. Aber jetzt kommt es, genau in diesen Ländern wird es immer schwieriger, normalgewichtige Personen zu finden. Das Übergewicht nimmt überhand, bald gut eine, die Hälfte der Bevölkerung in diesen Ländern ist übergewichtig. Und das ergibt eine ganz schwierige Situation, wenn es um die Gesundheitspolitik geht. Wir haben zurzeit eine ganz bemerkenswerte Pandemie weltweit, nämlich eine Doppelpandemie. Die Doppelpandemie der Adipositas, also der Fettleibigkeit und von Covid-19. Und immer mehr Forscher bestätigen und arbeiten an dieser Hypothese, dass das Fortschreiten oder das Begriff kriegen, dass der Covid-Pandemie mit der Adipositas verlinkt sein muss, um hier wirklich starke Lösungen entwickeln zu können. Warum das so ist, das zeigt Ihnen hier diese Abbildung, mechanistische Hintergründe zeigt man bisher in den Bereichen von Stoffwechsel, Fehlleitungen zu hohen Insulinspiegeln, eben der Insulinresistenz. Dann ein Immunsystem, das gestört ist, das pro-inflammatorisch entzündlich ausgeprägt ist. Und die allgemeine chronische Entzündung bei Übergewicht, die dann noch einmal mit einem unglaublichen Boost von Zytokinen hier eine Situation ergibt, die Begleiterkrankungen, aber dann eben auch die wirklich klinischen Manifestationen der Infektion von SARS-CoV-2 ergeben und damit eine ganz schwierige Situation hier uns vorlegt, die wir differenziert nun aufrollen und damit vielleicht und hoffentlich auch neue Therapien und präventive Maßnahmen entwickeln können. Ein Hauptthema darin ist die Unterscheidung von gesundem und krankem Fettgewebe. Physiologischerweise sind wir aufgebaut von Muskel-, Fett- und Knochenmasse. Und das Schwierige am Gesunderhalten der Fettmasse ist die Ausprägung. Das heißt, je länger ich unphysiologisch viele Fettzellen in mir ertrage, und das passiert immer dann, wenn ich mich zu hochkalorisch ernähre, über den Hunger esse, über eine längere Zeit lang, dann bilden sich neue Fettzellen und dann bilden sich auch Fettgewebestrukturen, so wie Sie es hier sehen, mit einem Gewebe, das gespickt ist, mit einem Risikopotential Richtung Entzündung, Richtung aber auch von einer Explosion von Transportelementen wie das ACE2, das auch die Durchlässigkeit von SARS-CoV-2-Virus verstärkt, das auch die Verteilung von SARS-CoV-2 möglicherweise verstärkt. Der Übergewichtige hat jetzt nicht nur ein krankes Fettgewebe, wenn das länger schon so der Fall ist, sondern auch gestörte Membrane, gestörte durchlässige Membrane, wo eben dann auch das Virus sich besser verbreiten kann und damit auch eine stärkere Symptomatik sich entwickeln kann, durch eine stärkere Viruslast. Übergewicht vor allem, und da ist es tatsächlich so, dass es offensichtlich das Bauchfett stark hier betrifft, das viszerale Fett, das dann zu einer Entwicklung von immunrelevanten Veränderungen kommt. Es kommt zu einer Störung der allgemeinen Zellkommunikation. Es kommt zu einem chronischen Entzündungsgeschehen. Es kommt zu einer mechanischen Belastung, klarerweise schon allein über die körperliche Gewichtung vom Fettgewebe. Und es kommt zu einem arteriellen Lungenhochdruck, was wieder die Gefahr einer weiteren stärkeren Symptomatik bei einer Infektion von SARS-CoV-2 ergeben kann. Jetzt haben wir in der Ernährung verschiedene Möglichkeiten, diese einzustufen, inwiefern sie tatsächlich immunstimulierend, immunverändernd wirken könnte. Und ein so ein Index in der Ernährung ist der sogenannte Dietary Inflammation Index. Was sagt er jetzt aus? Mit diesem Index kann ich jetzt, so wie Sie es hier haben, kann man hier die Qualität der Nahrung einschätzen, je nach Inhaltsstoffen der einzelnen Lebensmittel. Und die zwei Beispiele hier in Bildern zeigen Ihnen ganz drastisch, worum es geht. Sie haben an der linken Seite viel Fastfood, viel Frittiertes, viel an tierischem Fett, überhaupt fetthaltige Lebensmittel. Und an der rechten Seite farbig, vielfältige Lebensmittel, frische Lebensmittel, ballaststoffreiche Lebensmittel. Auch die Gewürze sind hier angedeutet. Damit sehen wir, dass es hier um eine vielfältige pflanzenbasierte Ernährung geht, eben mit den genannten Inhaltsstoffen in vor allem Pflanzen, die dann zu einer Reduzierung des Entzündungsprozesses führen können und das Immunsystem damit entlasten und stärken können. Wie schaut es nun in Österreich aus mit unserer Ernährung? Der aktuelle Ernährungsbericht zeigt uns leider, dass 41 Prozent der Bevölkerung übergewichtig oder stark übergewichtig sind. Und das gerade bei wichtigen Schlüsseln-Mikronährstoffen, die für unser Immunsystem relevant sind. Und das sind nun bioaktive Substanzen wie Beta-Carotin oder Vitamin D, Vitamin E, B2, B6, B12, Vitamin C oder auch Eisen und Folsäure. Und da erreichen, reicht ein Großteil von uns leider nicht die Empfehlungen durch die Aufnahme der Nahrung. Und damit ist es klar, wie wichtig es wäre, da mal genauer hinzusehen. Pflanzliche Lebensmittel haben eben auch einen Großteil dieser Schlüsselnährstoffe in sich. Und so könnte man nun versuchen, eine Immunonutrition auf steigrisch, auf österreichisch zu definieren. Wie könnte man durch einheimische Lebensmittel, die hier wachsen und damit natürlich auch eine Klimarelevanz haben, eine Nachhaltigkeitsrelevanz auch noch mitbringen, auch unser Immunsystem unterstützen. Die einzelnen Komponenten möchte ich jetzt kurz mit Ihnen durchgehen und erklären. Starten tun wir eben mit diesen pflanzlichen Farbstoffen, den Polyphenolen und den Carotinoiden. Beide Komponenten haben jetzt auch einen enormen Einfluss auf die Ausprägung und Verteilung unserer Fettmasse. Sie können die Fettoxidation steuern und damit tatsächlich auch unsere Fettmasse. Und damit, wie wir jetzt vorhin kurz besprochen haben, auch einen wesentlichen Beitrag zur Immunsteuerung geben. Wo finden wir jetzt diese Komponenten? Hoch, hohe Anteile in Apfel, dunklen Beeren wie Aronia und ähnlichen Gewürzen wie Zimt, Kümmel, Rosmarin, Thymian, dunkle Schokolade, Kakaopulver, Spargel, Karotten, Zwiebel, Spinat, Grünkohl, Hülsenfrüchte. Die werden leider sehr häufig vergessen, dass die enorm entscheidend sind, sie auch in den täglichen Speiseplan einzubringen. Nüsse, da vor allem die Walnüsse und Haselnüsse und Mandeln und auch sehr saisonrelevant die Kastanie. Das Eisen, Eisen spielt hier jetzt eine enorme Rolle in der Immunantwort und hat hier auch einen Einfluss auf die Ausprägung von den sogenannten Helferzellen des Immunsystems. Reichlich finden wir Eisen in Schweineleber, Ramsteck, Sesam, Samen und Öl, Kürbiskerne, Amaranth, Bohnen, Linsen, Leinsamen, Hafer und Spinat. Dazu vielleicht nur noch ergänzt, bei Personen, die weniger Fleisch oder kein Fleisch essen, ist bei der Aufnahme von Eisen auch relevant, dass man daran denkt, dass Vitamin C die Aufnahme von Nicht-Hehmeisen, also Eisen aus pflanzlichen Quellen, verstärkt. Das heißt, die Kombination mit Vitamin C-hältigen Lebensmitteln, dazu kommt man ja dann noch, macht durchaus großen Sinn. Zink, Zinkmangel ist leider nicht selten zu sehen und auch hier haben wir eine Auswirkung auf T-Zellen bestätigt. Das Zink hat jetzt eine interessante Eigenschaft, es bleibt nämlich bei chemischen Prozessen körperstabil und ist damit auch ein wesentlicher Bestandteil von antioxidativen Enzymen. Zinkquellen, die haben wir in Lammfleisch, Schweineleber, Rindfleisch, Kürbiskernen, Sesamöl und Samen, Hafer, Linsen, Hartkäse. Selen, auch ein wichtiges Spurenelement. Selen ist nämlich auch Bestandteil antioxidativen Enzymen und schützt damit die Immunzellen an sich vor antioxidativen Beeinträchtigungen und Stress. Selen-Lieferanten ist zum Beispiel der Eidrotter, Vollkorn, Getreide, Sesamöl und Samen wieder, Erdnüsse und Fisch. Vitamin A, da ist jetzt interessant der Kontext von Haut und Schleimhaut und Immunsystem. Vitamin A ist jetzt in der Regeneration der Haut und der Schleimhaut sehr essentiell beteiligt. Und da diese Komponente, die Haut, der Schleimhaut, die äußerste Barriere, die natürliche Barriere beim Eindringen von Viren beim Menschen darstellt, ist es so die erste Nahkampflinie. Und die unterstützt man jetzt mit einer adäquaten Aufnahme von Vitamin A oder auch dem Pro-Vitamin-Beta-Carotin. Vitamin A ist auch im Darm, an der Darmimmunabwehr essentiell beteiligt. Wo finden wir jetzt Vitamin A? In Schweine- und Brindslieber, Karotten, Süßkartoffeln, Spinat, Milonen und Broten, Paprika. Vitamin D, auch immunstärkend, ganz massiv beteiligt. Warum? Weil wir mittlerweile wissen, dass Vitamin D-Rezeptoren sich auf eigentlich allen Immunzellen befinden. Und damit entsteht dann dieser starke regulative Einfluss von Vitamin D aufs Immunsystem. Wir sehen weltweit, auch in Ländern, wo starke Sonneneinstrahlung besteht, manchmal ein Mangel an Vitamin D vorzufinden ist. Und damit natürlich die Vitamin D-Zufuhr aus der Nahrung, wenn sie auch nicht einen großen Anteil ausmachen kann. Aber sehr wohl auch einen wichtigen Beitrag geben kann, in den Fokus rückt. Vitamin D finden wir in Fisch, in Makrelen, Lachsfarellen, Regenbogenfarellen, Saiblingen, Aalen, Heringen, Lachs, aber auch in Pilzen. Das Vitamin E ist ein starkes fettlösliches Antioxidant und ist damit ein wichtiger Zellschutz bei Immunreaktionen. Darüber hinaus ist die Funktionalität von Proteinen und Fettsäuren und die Produktion von Antikörpern entscheidend von Vitamin A gesteuert. Wo finden wir Vitamin E? Vitamin E, nicht A, Vitamin E in diesem Fall. Weizenkeimöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl, steirische Kürbiskernöl, Haselnüsse, Mandeln, Grünkohl und Kichererbsen. Vitamin C, auch ganz wichtig in antioxidativen Systemen. Das Vitamin C ist sogar das wichtigste wasserlösliche Antioxidant. Es spielt eine große Rolle im Redux-Zell-Signalsystemen und damit auch als wichtiges Regulanz im Immunsystem. Jetzt haben wir beim Rauchen die besondere Situation, dass da der Vitamin C-Bedach sich bis 50% erhöhen kann. Und damit sollen Raucher ganz besonders über ihren Aufmerksam sein auf ihre Vitamin C-Zufuhr. Finden tun wir Vitamin C in der Paprika, in der schwarzen Ribissel, auch da, in Grünkohl, Brokkoli, Kiwi, Orangen, Sanddorn und auch den Crème. B-Vitamine. B-Vitamine spielt vor allem im Energiestoffwechsel eine besondere Rolle und auch im Zellaufbau. Auch das Immunsystem braucht Energie und damit ist ja auch der Kontext zur B-Vitamin-Reihe gegeben. Die B-Vitamine finden wir in großer Menge in tierischen Lebensmitteln und daher ist es vielleicht für Vegetarier oder Veganer ganz besonders wichtig, hier achtsam zu sein und ganz besonders in der Auswahl der Nahrung nochmal draufzuschauen, was man an Vitamin B-Quellen zu sich nimmt. B12 finden wir in Rindsleber, Muscheln, Thunfisch, Makrelen, Hering, Regenbohnforelle, den Meeresalgen, Rindschulter, Eier, Milch, Käse. Folsäure, Inspidat, der Rindsleber, Bohnen, Kohl, Sprossen, Kichererbsen, Quinoa, Erdbeeren und Sonnenblumenkernen und Aige. Das B6, auch wieder in der Rindsleber, in Wildlachs, Hühnerbrust, Kartoffeln, Thunfisch, Kinakohl, Amaranth, Sonnenblumenkernen und Linsen. Nun möchte ich kurz noch Ihre Aufmerksamkeit lenken auf die mediterrane Ernährung. Die Definition der mediterranen Ernährung, die entstand in den 50er, 60er Jahren. Damals gab es die ersten Untersuchungen der Ernährungsgewohnheiten von Völkern in mediterranen Ländern. Und da hat man gesehen, dass diese Personen eben täglich ihr Olivenöl, meist nicht erhitzt, zu sich nehmen, stark würzen und einen hohen Anteil an Pflanzen in ihrer Nahrung haben, aber auch pro- und präbiotische Produkte, also gesäuerte Milchprodukte zu sich nehmen. Käse, Frischkäse, wenig Fleisch, viel Fisch. Das sind so die Eckpunkte der mediterranen Ernährung. Wir haben die Polyphenole schon kurz angesprochen. Im Kontext der mediterranen Ernährung auch sind natürlich diese Farbstoffe eine wichtige Komponente und die beeinflussen jetzt, vor allem wenn es auch um das biologische Alter geht, viele, viele Prozesse. Und deshalb sind Polyphenole auch mittlerweile bestätigte Anti-Aging-Komponenten, Antioxidantien haben wir erwähnt, eben auch in Richtung der Krebsprävention stark aktiv, neurodegenerative Erkrankungen werden im Risiko vermindert, kardiovaskuläre Systeme werden verbessert und unterstützt. Präventiv wirken sie gegen Typ-2-Diabetes und dem metabolischen Syndrom allen, also den Kontext an Krankungen mit übergelegt. Und diese Polyphenole wirken jetzt eben auch, wie schon zu Beginn erwähnt, in die Epigenetik hinein. Also sie schützen tatsächlich unsere Erbsubstanz, die Funktion unserer Gene, indem sie eben verhindern, dass es zur Veränderung von Histonen, zur Methylierung von DNA kommen kann oder zur starken Ausprägung von sogenannten Micro-RNAs, die sehr bestätigt mittlerweile auch die Gefäßsysteme und das Atherosclerose-Risiko negativ beeinflussen können. Wenn man tiefer hineingeht in die Stoffwechselwege, die diese natürlichen Farbstoffe der Pflanzen dann ansteuern, dann sieht man, dass es da gewisse Schwerpunkte dann herauszulesen gilt. Das ist vor allem wieder der Energiestoffwechsel, der Kohlenhydratstoffwechsel, also die Aufnahme von Zucker aus der Nahrung wird verlangsamt. Damit haben wir weniger direkten Insulinanstieg, eine Schonung auch der Pankreas, der Bauchspeichelgrüße. Wir sehen eben auch den antioxidativen Effekt und damit eben auch einen Effekt in der, wenn man so will, in der Steuerung auch der Qualität der Mahlzeiten, die wir essen. Wenn hier Farbstoffe drinnen sind, sind sie auch im Garungsprozess zu einem gewissen Prozentsatz tatsächlich auch geschützt. Diese Kreise um die mediterrane Diät, sind sehr, sehr anschaulich und zeigen, wie komplex eigentlich diese Ernährung zu wirken beginnt. Und das sind dann die Themen, wie Sie hier in diesem braunen Zyklus innen zu sehen sind. Es kommt zu einer, eines sogenannten, wenn Sie ja rechts beginnen zu lesen, eben zu einer Verstärkung der Nährstoff-Sensitivität. Das heißt, auch die Empfindung von Sättigung kann durch diese Ernährungsform verbessert werden. Wir haben eine erhöhte Stressresistenz, die wir sehen, eine Stabilität unseres Genoms, eine verringerte Entzündungssituation, Stärkung des Immunsystems, weniger oxidativen Stress, hohe Insulinsensitivität, damit eine Prävention gegen Typ 2 Diabetes und auch eine Optimierung unseres Stoffwechsels, wenn es darum geht, auch die Blutfettwerte optimal in ihrer Relation zu ergänzen. Bei diesen Inhaltsstoffen ist es auch spannend, dass es gar nicht darum geht, dass mehr immer besser ist. Viele dieser Komponenten der mediterranen Ernährung haben bereits in geringen Dosierungen einen protektiven Effekt, eine Wirkungskurve, die sich tatsächlich zweifasig ergibt, dass wir in der Dosierung, wenn eben die Dosierung zu hoch sich ergibt, tatsächlich auch ein negativer Effekt sich ergeben kann. Und das gilt es auch immer in der Aufmerksamkeit zu halten, wenn es darum geht, vielleicht auch an spezielle Supplementierungen zu denken. Diese mediterrane Ernährung nennt man rezentig auch sehr gerne Asia-mediterrane Ernährung, weil eben durch die Globalisierung es sehr häufig auch passiert, dass Komponenten der asiatischen Ernährung noch dazugenommen werden, sprich eben der Verzehr von ganz vielen frischen pflanzlichen Komponenten da hineinspielt. Man kann dann diese Ernährung in drei Säulen gliedern, nämlich in den antioxidativen Part, der eben durch die Vitaminen rein, B, C, E kommt, durch die guten Fette, die pflanzlichen Öle, auch die einfach ungesättigten Fette, die wir vor allem auch im Olivenöl finden, die Farbstoffe in den Pflanzen, die antiinflammatorische Komponente, also antientzündlich, hier vor allem aktive Hülsenfrüchte und auch nicht raffinierte Kohlenhydrate, also wenig Zucker und die präbiotische Funktion. Das heißt, die Nahrung für unsere Darmbakterien und da geht es dann um eine Reihe von Ballaststoffen, die unser Mikrobiom positiv steuern. Daraus ergibt sich dann eine Situation, die wir in eine Klassifizierung des biologischen Alters in ein schnelles Altern, akzeleriertes Altern, das kann bereits ab 50 sein, dass sich da Alterungsprozesse ergeben können, wenn eben der Lebensstil tatsächlich längerfristig anders verläuft und ein Stressor ein zusätzlicher Stressor für die Person ist. Es gibt das normale Altern und es gibt das sogenannte mittlerweile definierte Successful Aging, das dann ein Lebensalter wirklich über 100 gesund möglich macht. Wichtig dabei ist, dass wir hier im Auge behalten, dass die physiologische Komponente unseres Immunsystems mit dem adäquaten Lebensstil tatsächlich über die Lebensspanne unterstützt werden kann und damit auch dieses Successful Aging Realität werden kann. Jetzt ist es über die ganze Lebensspanne, nämlich vom Fötus weg bis ins hohe Alter, immer sinnvoll, was zu ändern. Und das ist eine wichtige Message, die ich Ihnen mitgeben möchte. Es ist nie zu spät. Und die negativen Einflussnahmen aus der Umwelt, die wir nicht verändern können, ja, die sind da, aber es gibt die Ernährung, die jetzt tatsächlich hier eine Verlangsamung von Alterungsprozessen und chronischen Erkrankungen damit möglich macht. Direkt zu Coronaviren gibt es eben diese Reihe von ganz neuen Publikationen. Die ganze Welt bemüht sich zurzeit, hier rasch auch neue Erkenntnisse aufs Papier zu bringen. Und diese Übersichtsarbeit zeigt Ihnen ähnlich die Reihe, die ich Ihnen vorher auch in der Umsetzung in Lebensmitteln gezeigt habe. Und die direkte Erklärung, warum jetzt gerade diese Mikronährstoffe auch gegen Coronaviren wichtig sind, ist eben auch tatsächlich die Reduzierung der Aktivität von bestimmten Rezeptoren an der Wand von Zellen, die eben dann den Transport vom Virus verstärken können, die antioxidative und antientzündliche Komponente, die sich durchzieht durch all diese Komponenten. Ganz konkret im Vitamin D, hier nur ein Bild davon, wie das so ungefähr ausschaut, wenn das Vitamin C an einen Vitamin D an einen Vitamin D-Rezeptor trifft, an einer Zelle des Immunsystems, hier das Beispiel der dendritischen Zelle, dann kommt es zu einer Verstärkung von antiinflammatorischen Helferzellen hier mit grünen Pfeilen berichtet und zu einer Verminderung eben proinflammatorischer Zellen, die Sie auf der linken Seite haben. Also ganz konkrete Einflussnahme auf der Zellebene des Immunsystems. Dasselbe gilt eben für Zink, wie schon erwähnt. Auf der linken Seite sehen Sie so eine Darstellung eben des verminderten Eintritts über die Zellwand durch das Blockieren von ACE2-Interaktionen durch Zink, durch die Aufnahme von Zink. Zink inhibiert auch, also vermindert auch verschiedene Enzyme, die die Vermehrung vom Virus dann möglich machen würde. Und Zink hilft Immunzellen, so wie den T-Helferzellen oder verstärkt eben auch die Aktivität von Makrophagen und verstärkt die Funktion von NK-Zellen. Und dieses komplexe Bild wollte ich Ihnen hier mitgeben, damit Sie auch einen Eindruck haben, was passiert, wenn jetzt so ein SARS-CoV-2-Virus auf uns trifft, was dann im Immunsystem in den Start geht. Und Sie haben hier links oben eben das Virus, das im Eintritt dann von Makrophagen gefangen wird und dann eine Reihe, eine Kaskade von unterschiedlichen Immunzellen aktiviert, um eben das Virus zu stoppen und eben auch Symptome entsprechend abzuflachen. Und Sie sehen hier eingekreist, wie komplex die Nahrung in allen Ebenen dieser Immunzellen aktiv ist. Also das sind eben die Vitaminreihen, die ich genannt habe, das sind eben auch die Polyphenole unterschiedlicher Qualität. Und damit sehen Sie, wie komplex es auch ist, wenn ich jetzt sagen will, ich möchte die und die Situation der Infektion therapieren. Das Abfangen dieser Kaskade passiert präventiv natürlich am besten, wenn die Basiszufuhr an diesen Komponenten nach den Empfehlungen passiert. Da noch einmal Appetit auf das ganze System. So schaut das aus. Diese gesunde Ernährung, die eigentlich alles mitbringt, das uns gut schützt vor Virusinfektionen. Und das ist im Hintergrund die Basis der vielfältigsten Pflanzen und Obstsorten. Das ist die Komponente der Eiweißzufuhr, ob jetzt tierisch, über verschiedene Fleischsorten, ob Geflügel, Rindfleisch, Schweinefleisch oder auch Fisch oder Hülsenfrüchten oder eben Milchprodukten. Und bei den Milchprodukten immer darauf achten, die Vielfalt die Milchprodukte aufzugreifen, nicht nur an die Trinkmilch zu denken, sondern eben auch an die gesäuerten Milchprodukte oder eben auch die Molke, auch eine ganz, ganz wichtige, fettarme Komponente von Eiweiß ergänzend. Ja, dann kommen die Fette dazu, die verschiedenen Öle, die man abwechselnd verwenden sollte und eben zum Knappern die frischen Nüsse, die wir vor Ort ja auch in einer enormen Vielfalt wachsen haben. Ja, und als Abschluss dieser Übersicht, Immunsystem unterstützende Ernährungs- und Lebensstilfaktoren, das wären dann so die wichtigsten Punkte, grünes, hellgelbes und oranges Gemüse, Tomaten, ganz im Speziellen, Beeren und Äpfel, die Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen, Linsen, Fisch, Eier, ein bis drei in der Woche, Fleisch und Geflügel, auch ein bis drei Mal in der Woche, fettarme Milchprodukte, Nüsse und Samen, Ölen, Vollkorngetreide, der Rocken ist auch ein interessantes Getreide, weil das Getreidekorn tatsächlich auch im Mehlkörper bereits Ballaststoffe beinhaltet und damit beim Rocken es gar nicht Vollkorn sein muss, sondern auch das ausgemahlene Getreide tatsächlich auch einen höheren Ballaststoffanteil in sich hat. Kräuter, Gewürze, beim Wein immer wieder große Frage, muss und soll er sein? Wichtig dabei, die Menge macht wie immer weniger als ein Glas Wein für die Damen, zwei Gläser für den Herrn und wichtig zur Mahlzeit Genossen, weil damit auch die Menge sich entsprechend ergibt und auch die Aufnahme der auch Polyphenol im Wein sicher verstärkt wird. Entscheidend keine Binge-Mahlzeiten, Sie alle kennen vielleicht den Ausdruck Binge-Eating, das ist dieses in sich hineinschlingen, riesige Mahlzeiten in sich hineinschlingen, eben über den Hunger zu essen und das macht enorm viel Sinn, langsam zu essen, mit Aufmerksamkeit zu essen und aufzuhören, bevor man wirklich pappsatt ist. Ein- bis dreimal pro Woche Bewegung, es muss nicht, es soll gar nicht Leistungssport jetzt im Konkreten sein und einen BNI unter 30, also Übergewicht vermeiden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor, auch von unserer Seite für diesen kompakten Überblick, doch am neuesten Stand der Forschung, wie wir gehört haben. Es ist ein sehr, sehr spannendes Forschungsfeld, wo sich sicher auch noch viel tun wird. Es haben sich trotzdem einige Fragen ergeben. Ich werde jetzt versuchen, das ein bisschen zu strukturieren. Ich möchte dort beginnen, wo auch Sie begonnen haben, nämlich Sie haben uns eingangs geschildert, wie unser Immunsystem aufgebaut ist, wie komplex es eigentlich funktioniert. Und Sie haben da zum einen das Mikrobiom erwähnt, im Darm angesiedelt, aber zum anderen auch Entzündungsprozesse im Körper, die Krankheiten auslösen können. Da gibt es die konkrete Frage, ob man also jetzt sagen könnte, ein schwaches Immunsystem sind Entzündungen im Körper, ob das gleich zu setzen ist. Die Aussage hat tatsächlich etwas Richtiges. Es ist nämlich so, dass die Reaktion des angeborenen Immunsystems mit einem Boost von Entzündungsfaktoren reagiert. Und dieser Boost ergibt sich stärker, wenn tatsächlich das Immunsystem schwächer ausgestattet ist. Also da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang. Gut, zum Mikrobiom gibt es die Frage, ob dieses allein über die Nahrung Ihrer Meinung nach zu steuern ist oder ob man eben in gewissen Phasen auch mit Probiotika nachhelfen soll. Wir kennen, das gibt es aus der Apotheke, wird oft empfehlen beispielsweise während oder nach Antibiotika Einnahme. Wie sinnvoll halten Sie diese Ergänzung? Ergänzungen mit probiotischen Produkten sind sicher sinnvoll, aber nicht in Eigenregime. Also die Ergänzung von diesen Präparaten muss immer mit fürsorglicher Begleitung von Fachpersonal passieren, Arzt oder eben und Ernährungsberater im besten Fall ergeben da dann eine wirklich sinnvolle Therapie. Das Mikrobiom ist durch die Ernährung ganz stark steuerbar, auch im 24-Stunden-Rahmen. Das muss einem Bewusstsein jede Mahlzeit auch für sich verändert das Mikrobiom. Und daraus erzieht man auch, dass es auch wichtig ist, dass ich, wenn ich Ausreißer habe in der Ernährung, dass ich dann in den nächsten Stunden darauf wirklich darauf achte, dass ich dann vielleicht tatsächlich nach Festfeiertagen eine Auszeit vornehme, weil das Mikrobiom tatsächlich leidet, direkt und konkret und nicht nur langfristig. Also ein Jahr, wenn es medizinisch indiziert ist, dass man das auch supplementiert. Gut, dann haben Sie kurz gesprochen über den Zusammenhang der Covid-19 Erkrankung jetzt ganz aktuell und der Antipodes ist das, also Übergewicht. Da kam die Frage dazu, dass es ja auch ganz gesunde Menschen erwischt oder teilweise auch Leistungssportler, die sehr schwer erkranken. Spricht das nicht dagegen? Spricht sicher nicht dagegen, ganz im Gegenteil. Es ist so, dass die Hälfte der Covid-Patienten übergewichtig ist. Damit sieht man, es kann ein Faktor sein, aber es gilt nicht als Erknärungsmodell über alle betroffenen Patienten. Aber die Hälfte ist ein sehr hoher Prozentsatz. Gilt wahrscheinlich auch für diese Dame, die da schreibt, es hat jetzt nichts mit Covid-19 zu tun, sondern sie hat offensichtlich Brustkrebs bekommen, ernährt sich gesund, ist sogar zu 95% Vegetarierin, schlank, mediterranen Lebensmittel und trotzdem Krebserkrankung. Wie gesagt, es ist nicht nur die Ernährung, die wir quasi als Umweltfaktor zu tun haben, sondern eine ganze Reihe weiterer Einflussfaktoren, die wir nicht steuern können. Man muss es immer so sehen, in den ganzen Kanon von Stressoren, von Einflussnahmen, die auf uns einströmen, kann ich die Ernährung verändern, kann ich sie selbst verändern und das ist der Punkt. Das kann ein guter Beitrag sein, um die allgemeine Belastung mit der Ernährung noch einmal abzufangen und nicht noch zu verschlechtern. Gut, dann gibt es noch eine Frage zum Immunsystem im Allgemeinen. Woran kann es liegen, dass man mehrmals jährlich beispielsweise an Angina erkrankt, obwohl man täglich trainiert, sich bewusst ernährt, eigentlich gesund lebt und trotzdem so häufige Infektanfälligkeit hat. Das kann viele Gründe haben. Wie gesagt, die Ernährung ist nur ein Faktor, den ich verändern kann. Wiederkehrende Erkrankungen haben viele Ursachen, die jetzt natürlich auch damit zusammenhängen, welches Umfeld habe ich, welchen Beruf habe ich, welche Belastungsprofile habe ich. Die verändert sich auch häufig übers Jahr, eben durch, jetzt nicht nur klimatisch, sondern eben auch beruflich oder wie auch immer. Also man sollte sich so auch darin auch abspielen, inwieweit man vielleicht auch mit mentalen Training auch in solchen Phasen was Unterstützern tun kann. Das ist auch ein wichtiger Bereich, der, ich habe es kurz angesprochen, auch in die Ernährung mit ergänzend einfließt natürlich, weil wir mit der richtigen Emotion oder mit starken Copingsystemen, die wir in der Meditation auch finden, tatsächlich auch unser, letztendlich unser Ernährungsverhalten, das ja auch ein Lebenstakt vorgibt, positiv beeinflussen können. Ja, das ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil dazu hat es auch gleich eine Frage gegeben, nämlich ob der Zusammenhang zwischen Immunsystem und psychischen Belastungen evidenzbasiert ist. Also gibt es da Studien, die sowas belegen? Unbedingt, unbedingt. Und das geht so weit, dass man eben nicht nur allgemeine Studien jetzt zu verschiedenen Meditationstechniken sich anschaut, sondern auch die Resilienz der Person, die psychische Resilienz. Es gibt, also wir alle sind unterschiedlich in unserem Coping-Verhalten. Wir alle reagieren anders auf Belastungen, auf unterschiedliche Belastungen. Und damit hat jeder von uns Natur gegeben, auch eine Psychostruktur, die uns es mehr oder weniger leichter macht, mit Stressoren, Stresssituationen umzugehen. Es hat ein paar Fragen interessanterweise jetzt zur Jahreszeit gegeben, weil Sie haben uns da so schöne bunte Bilder von frischen Obst und Gemüse gezeigt, die natürlich momentan wohl im Supermarkt zu haben sind, aber wie wir wissen, zumindest in unserem Breiten nicht gedeihen. Also die Frage wäre beispielsweise, wie man sich eben auch im Winter gesund ernähren kann, wenn das frische Obst und Gemüse wegfällt, wie es überhaupt mit der ausreichenden Vitaminversorgung im Winter aussieht, beziehungsweise daran angehüpfend gleich, ob es einen Unterschied macht, ob ich jetzt Gemüse aus der Dose tiefgefroren oder frisch esse. Ja, wichtiges Thema natürlich die Saisonalität des Angebots. Wer jetzt auf Bauermärkte geht, wird sehr überrascht sein, wie vielfältig eigentlich noch das Angebot an Obst und Gemüse ist. Salate, natürlich Kohlgemüse ganz stark, das Wurzelgemüse, unterschiedlichste Sorten von Karotten oder eben Rettich, also Kürbis gibt es noch immer und ein interessanter Aspekt ist zum Beispiel das Fermentieren von pflanzlicher Nahrung. Das Sauerkraut zum Beispiel kennen wir alle. Das ist ja eine urtypische Komponente auch unserer Tradition und das ist kein Zufall, weil das Vitamin C im Sauerkraut ist bekanntlich sehr hoch und die Wertigkeit des Sauerkrauts ist jetzt insgesamt von den Nährstoffen her sehr hoch. Das heißt, das zeigt uns, dass auch, es kommt ja Gott sei Dank auch jetzt verstärkt, dass sich Menschen noch mehr interessieren, was kann ich mit den Lebensmitteln machen, wie kann ich sie haltbar machen zu Hause und da ist das sicher ein ganz wichtiger Aspekt und es macht auch Spaß mitunter diese Möglichkeiten auch auszuprobieren. Und grundsätzlich roher Zustand oder gekochte Lebensmittel, was ist da, was empfehlen Sie da? Also was man weiß, ist zum Beispiel das tiefgekühltes Gemüse oder auch Dosengemüse jetzt in der Wertigkeit nicht nachsteht. Das kann man durchaus gleichwertig auch verwenden. Die Frage jetzt, was jetzt besser ist, also in der Saisonrelevanz natürlich ist es klar, solange es frische Lebensmittel gibt, soll man dazu greifen, wenn Sie hier gewachsen sind und das ist sehr lange der Fall, wenn Sie sich diese Saisonkalender anschauen, dann sind wir da sehr, sehr gut ausgestattet. Gut, da gibt es noch ein paar ganz konkrete Fragen zu Lebensmitteln, vielleicht das Spiel, was Sie für besser halten, Cashewnüsse oder Walnüsse und warum beziehungsweise das zweite war, betrifft Trinken, Weißwein oder Rotwein, wenn es jetzt um ein Gläschen am Tag geht. Cashewnüsse oder Walnüsse war es da. Ja, genau. Wenn man jetzt an die Inhaltsstoffe geht, dann haben Sie da zwei sehr interessante Beispiele ausgewählt. Die Cashewnuss ist dafür bekannt, dass sie eine ganz spezielle Eiweißkomponente unter anderem liefert, nämlich das Aginim. Das uns auch ein enormes Wohlgefühl vermittelt und mich selbst liebe Cashewnüsse, ich muss mich jetzt outen, weil sie einfach auch gut schmecken, weil ich auch ein angenehmes Mundgefühl ergebe durch die Fettsäuren Komponenten. Bei den Walnüssen habe ich natürlich die regionale saisonale Variante, die ich hier verfügbar habe. Die Walnuss hat hohe Anteile an Omega-3 Fettsäuren und gilt damit auch als wichtige Quelle. Neben dem Fisch ist die Walnuss tatsächlich eine wichtige Quelle für Omega-3 Fettsäuren. Sie hat hohen Ballaststoffanteil, auch Polyphenolanteil und sättigt damit gut und ist tatsächlich ein ganz ganz positives Knabbergebild. Auch konzentrationsfördernd, weil es kam auch die Frage in der Diskussion, was Lebensmittel wären, die die Konzentration stärken könnten. Da fällt mir eben das Studentenfutter ein. Das gibt es auch schon immer. Warum gibt es das Studentenfutter? Eben aus diesem Grund der Inhaltsstoffe, jetzt der Nüsse, aber auch, weil das Studentenfutter ein Mundgefühl erzeugt, das so ein Krachen ergibt. Nüsse krachen im Mund und wir sind evolutionstheoretisch auch so aufgestellt, dass das alles, was im Mund kracht, das wirkt sofort auf unser Belohnungssystem durch Ausschüttung von Botenstoffen wie Dopamin und deshalb lieben wir das auch. Wir lieben auch Chips und Soiletti, aber die bessere Variante werden wir nehmen müssen. Gut, dann machen wir noch die Frage Rotwein oder Weißwein, wenn es um das Gläschen geht. Ja, es ist so, dass wir tatsächlich auch in Weißweinen hohe Polyphenolanteile finden, halt andere als im Rotwein und damit ist es tatsächlich Geschmackssache. Was wir sehr wohl sehen, ist, dass der Wein an sich auch ein anderes Ernährungsverhalten ergibt als jetzt andere alkoholische Getränke. Also deshalb ist es immer in den Empfehlungen der Wein angegeben, weil da einfach die Menge sich anders tut. Gut, dann es gibt noch sehr viele Fragen zu einzelnen Krankheitsbildern, das werden wir jetzt alles nicht mehr schaffen. Ich möchte aber noch die Frage der Nahrungsergänzungsmittel stellen, weil sie einige Male jetzt aufgekommen ist im Chat. Generell ja oder nur in der kalten Jahreszeit oder sind Sie prinzipiell gar nicht so eine Befürworterin jetzt zusätzlich, weiß ich nicht, Vitamin D, C oder es gibt ja auch diese Multivitamin Präparate einzunehmen. Also dazu möchte ich kurz was erzählen, nicht auch was Persönliches. Also ich vor 20 Jahren bei den ersten wissenschaftlichen Kongressen in den USA war, haben die Kollegen alle reihenweise ihre Pillen ausgepackt beim Mittagessen und ich habe das damals nicht verstanden, das ist ja furchtbar, schmeckt nach nichts, also was soll das, aber das war damals schon das, was jetzt zu uns eigentlich herüberschwappt, nämlich, dass die Nahrungsergänzung als Fastfood, es geht natürlich schneller, eine Nahrungsergänzung zu nehmen, als jetzt diese diverse Mahlzeit zu kochen oder zu suchen, wo kriege ich jetzt meine Mahlzeit her. Also Nahrungsergänzungsmittel machen natürlich Sinn, ich muss mich selbst einfach abspiegeln, was tue ich, oder habe ich Phasen im Leben, wo es jetzt nicht möglich ist, mich in dieser Vielfalt zu ernähren, oder ja, dabei ist es aber ganz wichtig, dass ich wirklich immer dran denke, mehr ist nicht besser, weil das passiert so häufig, dass Personen glauben, wenn sie jetzt die doppelte Menge nehmen, ist es unterstützender, ganz im Gegenteil, wirklich drauf schauen, dass wenn sie Präparate nehmen, am besten nicht im Internet, sondern wirklich mit Fachpersonen im Verkauf in der Apotheke, wo man das besprechen kann, und wirklich mit einer fundierten Abklärung. Interessante Frage ist jetzt zuletzt reingekommen, ob sie vielleicht Lebensmittel noch nennen könnten, die speziell antivirale Wirkung haben, das ist ja auch in Covid-19 Zeiten sehr interessant, also da wird zum Beispiel angeführt, Ingwer, Grüntee, Zistrose oder ähnliches. Ja, das sind genau die genannten, aber es sind natürlich, als ich gesagt, Knoblauch und Krenn und auch Zwiebeln, das sind so Komponenten, die extrem antiviral wirken. Dann gibt es noch die Frage, ob es spezielle Nahrungsmittel gibt, die den Blutdruck senken? Speziell den Blutdruck senken, da gibt es eine interessante Studie dazu, dass sogar der Geruch von Speisen den Blutdruck senken kann. Da gab es eine ganz frühe Studie schon zum Geruch von verschiedenen Äpfeln, dass die auch den Blutdruck wirklich beeinflussen können. Aber jetzt konkret zur Aufnahme von Nahrungsmitteln, Blutdruck senkend wirkt immer eine Salzreduktion, vor allem dann, wenn man zum Beispiel übergewichtig ist. Wir wissen, dass alle übergewichtigen Personen salzsensitiv sind, wenn es um Blutdruck geht. Also da macht es wirklich Sinn zu schauen, dass man eben keine Fertigprodukte ist, wo viel Salz drinnen ist und tatsächlich den Salzstreuer vom Tisch nimmt. Stichwort Autoimmunerkrankungen hat es auch einige Fragen dazu gegeben, beziehungsweise Intoleranzen. Da gibt es eine Dame, die schreibt, mein Arzt hat mir gesagt, das Immunsystem richtet sich gegen mich selbst. Also da steht meine Autoimmunerkrankung im Raum. Kann man das so sagen? Kann sich das Immunsystem gegen einen selbst richten? Das ist die richtige Definition. Das ist korrekt. Spielt da auch Ernährung eine Rolle? Das ist etwas ganz anderes. Das ist ein ganz spezieller Bereich. Da würde ich jetzt nicht allgemeine Statements abgeben wollen. Da muss man spezifisch in das spezielle Erkrankungsbild schauen. Und dann gibt es noch die Frage, ob es so etwas wie eine angeborene Immunschwäche geben kann oder beziehungsweise ob ein Kind so auf die Welt kommen kann? Da ist sicher das Thema des Mikrobioms. Sie kennen diese Thematik Kaiserschnitt oder nicht. Da gibt es Daten, das natürliche Mikrobiom über die Mutter mitgegeben tatsächlich dann im Staat auch letztendlich ein stärkeres Immunsystem ergeben kann. Das ist sicher ein Faktor, der bestätigt ist. Gut, dann darf ich Sie abschließend noch fragen, ob Sie vielleicht eine Literaturempfehlung haben oder ob Sie selbst etwas publiziert haben. Damen und Herren, wollten auch noch nachfragen nach dem Times, Artikel aus der Times, den Sie zitiert haben. Vielleicht können Sie da noch ein paar Angaben machen. Mache ich gerne. oder zur Literatur an sich. Darf ich das dann Ihnen schriftlich übermitteln? Ja, wir können das gerne. Im Übrigen ist die Frage aufgetaucht, ob man den Vortrag noch im Nachhinein sehen kann. Ja, kann man auf unserer Internetseite www.minimet.at wird das gesamte Webinar für Sie online in der Videothek zugänglich sein. Ja, es gibt natürlich noch und noch Fragen, aber jetzt sind wir schon ein bisschen über eine Stunde. Wir haben immer rund eine Stunde für diese Webinare anberaumt. Ich sage vielen Dank, Frau Professor, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch für die vielen Fragen, die da noch gekommen sind. Ich glaube, das war ein wunderbarer Überblick und wir freuen uns auf weitere spannende Forschungsergebnisse. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben und da wird die Zukunft sicher noch einiges auch zutage bringen. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Danke. Für Ihren Beitrag. In diesem Sinne darf ich mich im Namen des Minimet-Studiums und heute auch der Woche Steiermark sehr herzlich von Ihnen verabschieden. Danke für Ihr Interesse, fürs Mitdiskutieren und ich würde mich freuen, wenn wir einander gesund wiedersehen. alles Liebe schönen Abend noch.